So, weiter geht's bei diesem Part hier und wir machen jetzt das Letzte noch. Und zwar König Galaxius. Oh, das wird eine schöne Weltraumschlacht. Eine epische. Wenn nur diese Gegner wegbämmen sind. Der König Galaxius ist nämlich nicht so einfach. Ich finde, das ist der schwerste Boss im Pac-Man-World. Meiner Meinung nach, der Top-Man ist einfach zu leicht, finde ich. Das klingt zwar angehörig, ist aber so. Diese ganzen Asteroiden hier weg. Autsch. Wahrscheinlich, dass ich hier keinen Dauerfeil kann. Dankeschön. Schick, Leute. Verdammt, ich muss aufpassen, was ich da mache. Verdammt, ich muss aufpassen, was ich da mache. Ah, wir sind schon am Ende! Ja, ich hab's gewusst, dass es daneben geht! Ja, ich hab's gewusst. Oh, das ist ein Schiff? Yes! Nein! Schießen die jetzt mit gelbem Schrein? Ach du meine Bitte! Ja und ich muss auch ein paar Parts für Sonic Faust jetzt auch mal weiter machen, habe ich jetzt vollkommen vergessen. Wann ist das jetzt mal an? Oh nö, was macht er das? Ausweichen? Ich muss mich ein Auge kaputt kriegen. Yes! Noch ein Auge und dann haben wir's. Nein! Hau ab! Geht kaputt verdammt nochmal! Nein! Nein! Ich hab's nicht gesehen! Und dann noch den! Ah shit! Nicht gesehen! Egal! Let's Concentration! Ich hab ihn gleich! Yes! Ich hab's! Was für ein Boss! Alter Vater! So, damit wäre Welt 3 abgeschlossen! So, geschafft! Auf geht's zu Welt 4! Die Clown-Welt! Die hier! Clown- Was? Clown-erien? Keine Ahnung wie ich das mal deuten soll! Wir sind jetzt in der Clown-Welt! Was ist denn das da oben? Genau! Das ist mal den... Super-Explosions-Hauptsein, den ich jetzt total verkackt hab! Und ab dafür! Die Tür! Ach, wer wirst du mit deinem nötigsten Clown-Operler? Pium! Das war's! Der nächste bitte? Ach da! Tschüss! Die Tür öffne ich, die Obsttür! Die Obdrucken dieser Augen, ey! Ich hab fast'n Krampel-Finger gehabt! Naja, was soll's? Wir haben's immer geschafft! Gottseater! Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut bin! Krass! So, das A! Oh! Da sind wir so hinten! Da sind wir richtig dick auf dem Spiegel! Wenn wir so laufen! So im Kreis laufen sind wir so ne Art Strich! Interessant! Ist da noch hier, oder? Das war's! Oh! Eine Maus! Eine Spielzeugmaus! So! Zurück! Was läuft heute gut? Überraschenderweise! Hätte ich gar nicht gedacht! Zwei Leben! Vom Preis zum einen! So! 34! 35! So! Tschüss! Das läuft wirklich echt gut! Hätte ich gar nicht gedacht! Nö! Interessant! Trotzdem freut es mich, dass euch das Projekt gefällt! Aber wie gesagt! Ich will auf jeden Fall mehr like sehen! Ich meine, das ist ein... Das ist ein Klassiker, das Spiel! Eigentlich ist es ein sehr beliebter Klassiker! Müsste es eigentlich sein! Wann? Weiß hier noch? No! Ich war nisch! Nisch für mich! Aber ich mag die Spiegel irgendwie! Ich will erstmal hier hin! Das Spiel macht echt wirklich Spaß, wenn man nur soviel weiß! Geister, ich fresse euch! Welle in den Leinen! So, volle Energie! Das ist auch cool! Noch mehr Spaß für mich? Ist ja auch die Spaßwelt! Könnte man eigentlich so sagen! Schmelde eine Orange! Meine Güte! Geht fix! Fix wie nix! Ne, hier war weiter nichts! Alles klar! Ein Geschenk! Schmelde eine Banane! Ich hab zwei Kirschen! Zwei Orangen! Eine Banane und so ne komische Frucht! Schmelde eine Kirschen! Nein! Gehen! Totale Scheiße! Das ist Chaos! Komm, fahre nicht raus! Du kleine Losen aus! So, Geschenke. Ach, dafür. Dafür nur noch N. Mit N. Ich bin so richtig Plenplen. So, noch eine Platte? Die hier. Perfektionös. Ja, ich weiß auch wo das ist. Komm, du dummer Clown. Ich hasse Clowns. Noch einen weg. Und BORISTIME! Setzahe. Waaah, komm. Mach hinne, ey. Mach hinne, Pupinne. Ich bin eine kleine Schlimme, Schlimme. 103? Ist ja echt awesome. 103 Stück. So awesome nicht unbedingt, aber schon viel. Tja, ich habe den Pupen nicht mehr in der Hände mitgebracht. Fressen. Das war jetzt wirklich sehr easy. Fressen? 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 Dennoch. Und dennoch. Blöse Kanonen. Ich will den Krumm zugreifen. Weg hier. Aber die Idee an sich bei dem Spiel ist richtig gut. Und wir haben alle. Alle. Keine. Geschäfte. Wollen wir jetzt noch aufspüren? Wenden. Aufnahme. Ich denke das reicht. Ich hab's geschafft. Beim ersten Mal. Noll. Ich würde sagen. Wir hören vorhin auf. Ich hoffe es euch bis hierhin gefallen hat. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Und einen Kommentar. Natürlich. Als Unterstützung natürlich auch NABO. Und auch. Ja. Unterstütz diesen Nesplay Kanal. Mein Nonplay Kanal. Und meine Google Plus. Ansonsten. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Denn bei Pac-Man World. Haut rein Leute. Und bleibt Pac-Man-tastisch. Bis dann. Ciao. Ciao.